Und weiter geht's mit Alan Wake. So, Moment, ich muss gerade noch... Nee, ich hab gesagt, Moment! Mann, ich muss ja erst die Uhr starten. So, jetzt könnt ihr von mir aus loslegen. Mann, ey. Ist da vorne Licht, nee. Ähm, da waren doch eben zwei. Wo ist nur der andere hin? Nee, es war doch nur einer. Ich könnte schwören, ich hab gerade zwei gesehen. Ach, da wär so... So ein scheiß... Trapo, wie nennt man den? Gewesen. Einsammeln! Los! Alan, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich hab keine Lust mehr. Ja. Gehen wir hier überhaupt richtig? Jetzt übertreibst du aber. Komm schon. Da sind einfach zwei. So. Das hat eben ganz gut funktioniert. Der andere ist... Wo ist der andere hin? Oh. Schlecht, wenn er im Rücken auftaucht. Na, das ist wieder so ein... Hektiker hier. Was passiert denn eigentlich, wenn ich einfach weiterlaufe? Die folgen mir ja wahrscheinlich so ziemlich, oder? Oh. So, wo ist der andere? Ist der schon end? Nee. Den Hektiker hab ich jetzt aber noch gar nicht gesehen. Wacht hinter mir. Schön. Er folgt mir doch. Er folgt mir doch. Irgendwie bleibt der immer, wenn man so ein Ding zinschmeißt, bleibt der irgendwo stehen. Ist bestimmt nicht gewollt, aber so vereinfacht ist natürlich einiges. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Hier komm ich doch niemals durch. Da ist irgendwas. Ich würde sagen, ich muss einfach diesen... Was? Ein Schiff. Ach, nö, ey. Mann, komm. Komm, jetzt vergüren wir das nochmal. Verstellt er sich jetzt auch irgendwo hin? Seh nicht. Seh nicht. Mit Landgranaten, okay. Die könnten wir natürlich einsammeln. Wo ist er? Komm, du Freak. Na, ich verliere ihn einfach aus den Augen. Kann sein, dass er jetzt... Ah, da hinten steht er, glaube ich, rum. Ach, das sind auch noch zwei. Na, herrlich. Vielleicht sollten wir mal die Blendgranaten auswählen. So. Wo seid ihr? So. Komm. Ja, und? Okay, ich dachte gerade schon, die tut. Da tut sich nichts. Da ist immer noch einer übrig. Aber er ist ent... Unverheitet. Oh, Mann. Ich hab keine Lust mehr. Wie lange soll das denn hier noch gehen? Im Ernst mal. Mal. So. Das war mir schon fast wieder klar. Oh Gott, Alan. Die Dinger fliegen uns gleich in die Ohren, wenn wir nicht verschmacken. Lauf weg! Schnell. Das schaffen wir. Nö. So natürlich nicht. Wir könnten es schaffen, indem wir hier so ein Ding hinschmeißen. Und jetzt mal hier Gas geben. Los, Alan! Ja. Hat ja so halb gut jedenfalls funktioniert. Oh, Mann. Ey, kommt schon, Leute. Ich glaube, ich gehe hier echt zu Fuß durch dieses verfickte ganze was-auch-immer-Gebiet. Mann. Das kann doch nicht... Ob das... Jetzt hängen wir auch noch einen Baum fest. Jetzt gibt's es uns richtig. Das hat sie echt gar keinen Bock mehr gerade. So. So, 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 so. Komm, jetzt reicht's mal. Du kannst jetzt mal aufhören. Wir haben verstanden, dass du keine Lust hast, dass wir da hinlaufen. Ähm, oh, es ist einfach kein Ende in Sicht. Es ist einfach kein Ende in Sicht. Das ist doch jetzt echt nicht... Also, es ist ja wohl... Bilde ich mir das jetzt ein? Das bilde ich mir doch nicht ein, dass die das echt unnötig in die Länge ziehen. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon, du. Nee. Oder? Hier ist nix. Ich glaube, da unten ging's irgendwie weiter. Hier hinten. Auch nicht. Da. Nee, da sind wir noch reingekommen. Oh, nein, ey. Es macht so viel Spaß, Alan. Wirklich. Ich hab so viel Fun mit dir. Es ist unfassbar. Ich werd dich echt vermissen. So, und jetzt? Was bringt uns das hier? Ich spring jetzt einfach mal hier runter. Geht gar nicht. Können Sie sich verarschen. Das geht gar nicht. Äh. Ach so. Okay. Ja. Jetzt hab ich's auch gesehen. So, erstmal tauschen wir hier zum 50. Mal unsere Pumpgun. So. So, wo seid ihr? Wir werden ja hier jetzt gleich wieder Probleme kriegen. Ich stehe jetzt echt auf den direkten Weg. Ich hab gar keine Lust, mich mehr hier irgendwie umzugucken. So, untersuchen. Ich musste den Generator in Gang bringen. Ja. Oh, Alan. Ähnlich. Das kann dir doch keinen Spaß hier machen. Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier jetzt schon wieder unterwegs sind. Wo ist denn der Mist? Da hinten. Mann, ich verliere hier echt gleich die Fassung. Das kann doch echt nicht den hier ernst sein. So. Ja, es ist schon klar, dass das nicht unbemerkt hier bleibt. So, was denn? Und die müssen wir auch mal aus. So, tschüss. Ach, das hat noch nicht mal vorgetragen. So. Der andere wuselt hier aber immer noch rum. Das merke ich schon. Wo ist der Wusler? Wie ist der jetzt entfiftet? Oh, nee. Oh Gott, ey. Ich versuche gerade irgendwie meine Munition, äh, meine Munition, ja. Meine Motivation irgendwie aufrecht zu erhalten. Irgendwie. Aber wie? Aber wie? Ich weiß es nicht. So, dann kommt halt er hier. Ihr wollt ja unbedingt sterben. Wieso kriege ich das eigentlich ab? Wenn ich hier diese Leuchtpistole hinlaube. Ach, die Leuchtpistole. Glendgranate. Ach, jetzt schieße ich auch noch mit der Scheiße. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Der hat es noch nicht mal... Oder ist das schon wieder ein Neuer dahinten? Scheint es schon wieder irgendwie ein Neuer zu sein. Komm. Erst mal Ewigkeiten nachladen. Wie viel Schrot hält der denn da hinten aus? Jetzt müssen wir uns nur noch in diesem Mangel hier. Komm her. Oh Gott, äh. Der geht mir so auf den Merf, weil der einfach so Ewigkeiten dauert, bis der sich mal entschieden hat. Oh ne, ich hab keine Lust mehr. Ich geh jetzt da weiter. Ganz ehrlich. Der wird mir ja früher oder später wird der mir ja hier irgendwo aufzeigen. Na, ich hätte ja auch einfach ins Licht laufen können. Naja. Ach. Das kann ich aber jetzt immer noch machen, oder? Das ist doch hier Licht. Das zählt doch als Licht. Ja. Okay. Alter, das ist nicht möglich, ne? Der Part hat schon wieder, also ich bin schon wieder bei, jetzt noch übrig, drei Minuten, und wir haben nichts geschafft. Nichts! Wir sind nicht fortgeschritten. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Alan, erklär's mir. Bitte, äußere dich zu irgendwas. Wie weit ist dieser scheiß Weg noch? Ich krieg's echt an mich. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Oh man, ich hab echt kein gutes Gefühl, wenn ich hier lese, was hier alles noch auf uns warten soll. Gehren Sie um! Aha. Jetzt haben wir uns hier den Weg freigepraten. Ach, auch was noch. Wieso wechselt der denn hier einfach fröhlich? Ach, wir haben keine Dinge mehr. Okay. Okay, okay. Wir nehmen alles zurück. Ist er. Wie viele wollen da kommen? Ist das wieder so eine endlose Schichte? Oder können wir das einigermaßen in Ruhe jetzt machen hier? Ach nee, jetzt müssen wir uns hier echt durchbraten. Unglaublich. Da kommt doch schon wieder einer. Ich hoffe, ihr habt etwas Zeit mitgebracht. Das da wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Ich hab ja den ganzen Sonntag mitgebracht Zeit. Und auch nichts lieber... Ich würde nichts lieber tun, als Alan Wake fertig spielen. Das war der große Traum. Das war das Ziel des Tages. Den ganzen Tag Alan Wake zu spielen. Auf jeden Fall. Das hab ich mir echt gewünscht. Ich hab einfach keine Lust hier. Diese scheiß Tasche... Da war doch gerade noch eine. Guck mal. So. Das ist dein Problem, Alter. Lass mich hier einfach ruhig. Du's einfach. Komm. Aber dann nutzen wir halt auch unsere Taschenlampe. So. Da unten ist sie doch, oder? Komm schon. Oh, bitte. Lass sie das sein. Die kommen jetzt da runter. Ach so, hier. Nee. Hopp. Das war Knach. Hier. Schaffen wir das noch. Komm, wir probieren's noch. Vielleicht können wir wenigstens noch den letzten Checkpoint erreichen. Oh Gott, aber ich glaube, wir gehen besser ein bisschen Gas. Erwöhn' nicht. Erwöhn' nicht rennen. Ja, und jetzt? Hier ist keine Hütte. Aber doch, hier geht's noch weiter. So, hier haben wir den nächsten Checkpoint. Ja gut, das da schaffen wir ja nicht. Die Lampe, die Lampe, die schafft das nicht, ähm. Ach, jetzt hängen wir hier in diesen Dings fest. So, dann kriegst du halt eine Blendkanade. Und hier hängt immer noch irgendwas. Ich schmeiß jetzt einfach nicht. Nein, ich schmeiß mit nichts. Na gut, dann müssen wir es halt doch auf den nächsten Part verschieben. Keine Ahnung, was die hier wieder von uns wollen. Wir werden es erleben. Bis dann.